Hallo zur Szene München. Unser München-TV-Thementag. Wir gegen Hass im Netz ist vorbei, aber das Thema als solches ist natürlich nach wie vor präsent. Ich habe mich ja mit der Schauspielerin Viola Wedekind unterhalten. Sie wird für ihre Rolle im Sturm der Liebe angefeindet. Sie spielt dort die fiese Ariane Kahlenberg und einige Fans der Telenovela können nicht unterscheiden zwischen der Rolle und der Schauspielerin, die ja nur so tut wie wenn. Deswegen könnte man natürlich auch sagen, naja, die meinen ja gar nicht mich, aber es sei gar nicht so leicht, wie sie mir im Interview versichert hat. Heute möchte ich sprechen mit Florian Hüttner. Er wird angefeindet nicht dafür, wen er darstellt, sondern dafür, was er ist, wer er ist. Na du Schwuchtel? Servus Alex. Ja und das war ja noch eine der freundlichen Anreden unter all den Hasskommentaren, die du so bekommst. Ja Florian, erzähl mal, was hast du denn schon so alles zu lesen beziehungsweise zu hören bekommen? Ach, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Da kommen so wie du fette Schwuchtel, scheiß Homo, Verrecke, Popopirat, Arsch, ja allem drum und dran. Also da gibt's ganz viele und deine Beleidigung war noch die netteste. Ja und sie war vor allem gar nicht so gemeint. Wie gehst du damit um? Ja, es ist, das ist ein Prozess. Ich habe ganz lange habe ich eigentlich das immer ignoriert und dachte mir immer, ja, da rein und da raus. Ich war nicht so selbstbewusst vor ein paar Jahren, da ist es mir wirklich nahe gegangen und habe dann aber auch gleich immer irgendwie geschrieben, zurückgeschrieben und eigentlich noch mehr, ja, ich habe noch mehr Fläche gegeben, dass sie mich weiterhin online so beleidigen können. Aber jetzt im heutigen Tag gehe ich eigentlich damit ganz locker um und tatsächlich da rein und da raus und das ist so eine Beleidigung. Im echten Leben würde diese Person mir das, glaube ich, niemals im Gesicht sagen, wenn ich auf der Straße stehe, sondern diese Online-Fläche ist halt für anonyme Leute, die halt tatsächlich im echten Leben nicht zu sagen haben, immer eine ganz große Fläche. Das ist ja gerade der Punkt. Das ist diese Wegelagerer-Mentalität. Hintenrum zur größten Gemeinheit fähig, aber wenn es eben darum geht, jemandem mal gegenüberzustehen und sich da zu trauen, da klappt das dann nicht. Und da stellt man doch auch fest, die Leute haben eigentlich mit sich ein Problem. Ja, das stimmt auch ganz groß. Also ich habe seit neuestem, habe ich einen Podcast und höre ganz viele Kommentare wie, mein Gott, deine Stimme hört sich so schwul an, bist du ein Mädchen, mein Gott, red mal ordentlich. Aber das sind dann auch so Leute, wo ich mir denke, also sie machen das öffentlich. Sie würden mir das gar nicht privat schreiben, jetzt zum Beispiel auf Instagram oder auf TikTok. Nein, das geht in Kommentare oder bei Bewertungen, keine Ahnung, Google, bei den Podcasts und das sind halt dann so Punkte, wo ich mir denke, ja, ist schön für dich. Du hast diese Meinung, aber da bist du einer der wenigen. Wünschst du dir manchmal, dass niemand wüsste, dass du homosexuell bist? Eine sehr interessante Frage. Tatsächlich nein. Ich finde, ich muss mich nicht verstecken oder wir müssen uns nicht verstecken. Klar, vor zehn Jahren oder so, wo ich tatsächlich noch nicht so selbstbewusst war, habe ich mich auch nicht geoutet und dachte mir, ja gut, das geht auch keinen an, aber theoretisch geht es ja auch keinem was an. Und nee, ich bin stolz darauf, das, was ich bin. Und ich lebe seit fünf Jahren glücklich mit meinem Freund zusammen in einer Partnerschaft und ich stehe auch zu ihm und ich stehe auch zu unserer Beziehung und das hat einfach keinen zu interessieren. Und ich kann heute einfach sagen, nein, ich bin stolz darauf, auf das, was ich bin. Und die Liebe ist größer und stärker als das, was es alles mit sich bringt und was du dafür aushalten musst. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich kommt es immer auf die Situation drauf an. Da muss ich glaube ich auch, obwohl ich so selbstbewusst damit umgehe, tatsächlich noch selber ein bisschen lernen. Aber ich tue jetzt natürlich nicht so öffentlich provokant, wenn, keine Ahnung, irgendwie gerade mal Stress gibt, auch nicht nur online, sondern auch in live, muss ich jetzt hier nicht provokativ mit meinem Partner, ja, intime Sachen machen. Klar, andere sehen das so ein bisschen anders. Ich sehe es so, aber ich muss, wie gesagt, ich muss da eigentlich auch noch einiges lernen. Aber die Liebe ist auf jeden Fall größer und egal, welche Art. Wenn es dir in der einen oder anderen Situation schon mal zu viel wurde, hast du dir da Hilfe geholt? Bist du zur Polizei gegangen oder zum Anwalt? Nee, tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht. Also ich rede natürlich mit meinen Freunden und auch mit meiner Familie drüber und versuche aber trotzdem dann wirklich drüber zu stehen, was natürlich auch nicht immer richtig ist. Aber ich bin froh, dass es nie so eskaliert ist, dass ich sagen muss, okay, jetzt muss ich diesen Schritt gehen. Natürlich ist es kein guter Punkt, weil diese Leute einfach diese Angriffsfläche, egal in welcher Hinsicht, haben und immer weitermachen. Also es ist ja dann nicht nur bei mir, sondern vielleicht ist es dann auch bei Leuten, die halt sich gerade frisch outen und eben ein bisschen ängstlich sind und ein bisschen, ja, Respekt vor diesem ganzen Leben haben. Und dann kommen dann so Vollidioten und machen dich online nieder. Und ja, das ist nicht gut. Wenn du sagst, du sprichst mit Freunden darüber, hast du dann schon festgestellt, dass jeder von denen gesagt hat, ah ja, kenne ich, war ich auch schon dran, ob schwul oder nicht? Ja, tatsächlich. Also auch jetzt nicht im Nicht-Schwul-Sein, sondern auch bei den Heterosexuellen habe ich auch einige, die aber mit anderen Sachen dann zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Bodyshaming. Wenn dann irgendwie sich jemand traut, der hat ein paar Kurven und stellt dann mal ein Bild online, was echt süß aussieht und dann liest man nur, du fette Sau, du fette Schwein, nimm ab, friss nicht so viel. Und das schockiert mich, weil es natürlich auch andere Geschichten dahinter sein kann, warum man jetzt zum Beispiel etwas übergewichtiger ist. Bei mir ist das ja nichts anderes. Ich bin ja nicht nur Musical-Darsteller, ich bin nicht nur schwul, sondern ich bin halt auch nicht der Musical-Darsteller schlechthin mit athletischem Körper. Und da durfte ich mir auch einiges schon anhören. Fette Sau und schau dich mal an, als ob du Musical-Darsteller bist, so wie du aussiehst. Das sind tägliche Kommentare. Ja, aber du bist ein Musical-Darsteller und du probst auch gerade für ein neues Stück. Was gibt es denn demnächst irgendwann zu sehen? Also ich hoffe natürlich, dass uns Corona nicht einen Strich durch die Richtung macht. Aber wir haben was Kleines geplant. Ein Weihnachtskonzert mit ein paar Weihnachtsliedern. Da sind auch Kinder dabei und genau. Hier bei uns in München. Apropos Kinder. Du arbeitest gerade in einer Grundschule? Ja, also ich arbeite in einer Kindereinrichtung für Grundschulkinder. Und das ist gerade so, weil natürlich die Pandemie uns Künstlern gerade sehr, sehr schwer die Möglichkeit gibt, zu arbeiten. Und da habe ich einfach das gute Glück, mit den Kindern ganz viel Sachen zu machen, zu singen. Jetzt auch für Weihnachten ein paar tolle Sachen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich trotz Pandemie den Kleinen eine Freude machen kann. Und ist es nicht schön, dass Kinder völlig unvoreingenommen sind? Total. Und deswegen bin ich so glücklich auch darüber, weil die Kinder einfach trotz dieser starken Probleme, die wir gerade bei uns haben, einfach glücklich. Sie lachen, sie haben Spaß. Und wenn wir dann singen und Weihnachtslieder singen, die gehen voll ab und machen mit und kreischen mit. Und ja, da fühlt man sich einfach wohl. Und das fehlt uns in der Gesellschaft, dass wir Erwachsene das auch haben und machen. Und da fragt man sich manchmal, wo war bei dem einen oder anderen der Punkt, wo das Unvoreingenommene verloren gegangen ist? Was bringt einen dazu, irgendeinen Scheiß im Internet über jemand anderen zu schreiben und ihn fertig zu machen? Ja, ich hoffe, die Kinder kriegen eine Menge mit von dir. Tolle Eigenschaften, die du hast. Ich danke dir, Florian. Wünsche dir alles Gute. Eins vielleicht noch. Du bist auch schon mal im Gärtnerplatztheater aufgetreten, oder? Ja, genau. Also ich bin regelmäßig am Gärtnerplatz zu sehen. Da ist wegen der Pandemie gerade bei mir noch ein bisschen still. Aber nächstes Jahr 2022 sieht man mich dann wieder auf der Bühne im Gärtnerplatztheater bei der Zirkusprinzessin. Und ich hoffe, den einen oder anderen dort zu sehen. Ja, wunderbar. Wir machen jetzt nämlich eine ganz kurze Pause. Ich spreche gleich mit Roman Staud über das, was es am Wochenende Neues zu sehen gibt. Danke dir, Florian, und alles Gute. Danke dir. Alles Gute und schöne Weihnachtszeit.